Ja, herzlich willkommen in 2024, herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut gerutscht, entweder mit wilden Partys oder mit gemütlichen Abenden oder was auch immer. Nein, wir starten das Jahr jetzt nicht mit der großen Jahresvorschau. Die muss ich dann auch noch schreiben für den Tagesanzeige. Mache ich immer Anfangsjahr, dann schreibe ich so, was ich von Firma X erwarte. Da muss ich jetzt übrigens aufmachen. Ist mir eben Video zum Handy, was einem abhört, aufgefallen. Und da habe ich einfach auch Firma X gesagt, um keine Firmennamen zu nennen. Und dann haben mich sehr viele Leute darauf aufmerksam gemacht, dass Firma X ja inzwischen sehr wohl eine Firma ist. Erst noch eine aus meinem Bereich, nämlich Twitter. Ja, die Elon-Musk-Firma heißt ja jetzt nicht mehr Twitter, sondern X. Darum muss ich jetzt immer aufpassen, wenn ich von Firma X erzähle. Nein, mache ich einfach immer bei der heutigen Tagesanzeige so eine Jahresvorschau, was ich ungefähr erwarte. Da schreibe ich dann jeweils, ob das iPhone kommt am, was ist es dieses Jahr, vermutlich am 10. September. Das ist nicht so eine Hexerei, muss man jeweils mit Labor Day und so gucken. Gibt eigentlich immer zwei Daten, die in Frage kommen. Und ja, können wir auch ein Video mal noch dazu machen? Nein, ich möchte ein Video noch dazu machen zu euren vielen Wünschen, die ihr geschickt habt. Ja, man macht ja, fürs neue Jahr macht man sich jeweils Vorsätze und Wünsche. Und ihr habt mir ganz, ganz viele eurer Technikwünsche wieder geschickt. Der Colin hat mich nämlich daran erinnert, dass wir das letztes Jahr schon gemacht, nein, vorletztes Jahr. Es ist, oh Mann, das ist wieder so die Jahreszeit, wo ich mit den Jahreszahlen unglaubliches Raus anstelle. Also nicht erschrecken, wenn ich mal von 23 vor Jahr oder Jahr und solchen Sachen spreche und es nicht ganz das ist, was es eigentlich wäre. Nein, schaut mal, das sind all eure Wünsche, die ihr mir geschickt habt. Ich habe jeden Einzelnen davon rausgescreenshottet und in Freeform zusammengefasst. Dann gruppiert und geschaut, welche gehören ungefähr wo, in welches Thema rein. Und wenn ihr unten an diesem Video guckt, hat es den Link zu diesem Freeform. Ich hoffe, das funktioniert. Es ist immer noch ein bisschen wackelig, Freeform, obwohl es es ja inzwischen über ein Jahr gibt. Aber ich publiziere das wieder öffentlich, da könnt ihr alles in Ruhe angucken, gucken, ob eure Wünsche auch dabei sind, ob ich sie etwa übersehen habe. Was ich nicht hoffe, aber bei so vielen Wünschen kann schon mal einer zwischen Stuhl und Bank fallen. Wir können jetzt auch nicht alle durchgehen. Ich würde sagen, wir gehen einfach so ein bisschen punktuell, hüpfen wir da durch die Wünsche durch. Und dann war es das auch schon mit diesem Video. Aber ich finde es wirklich sehr, sehr spannend, ihr weiß, was sich die Leute so wünschen. Als wir das letztes Jahr, respektive vorletztes Jahr gemacht haben, war der größte Wunsch oder mindestens einer der größten Wunschen neuer HomePod. Der kam ja dann schon im Januar. Also mal schauen, vielleicht haben wir ja wieder so vorsicherische Fähigkeiten, wenn wir da alle unsere Wünsche zusammenpoolen. Einer der ganz, ganz großen Wünsche sind neue AirPods Max. Das hat mich nicht überrascht. Die sind wirklich, ich sehe es auch in den Statistiken, jeweils die Leute googeln ständig nach AirPods Max, wann kommen neue und so weiter. Da Alissa zum Beispiel, AirPods Max 2. Die meisten Leute haben dann mehrere Wünsche übrigens geschrieben. Darum muss ich auch ein bisschen schauen, wie ich die gruppiere. Da ist nämlich noch Nintendo Switch Pro dabei. Das ist auch ein Wunsch von mir. Ein Nintendo Switch mit ein bisschen mehr Leistung, das wäre mal was. Da AirPods Max 2 vom Elias. Und Leng meinte, sie müssen vor allem leichter werden. Das ist auch noch etwas. Ich sehe zwar Leute inzwischen, die sie zum Joggen tragen, aber ein bisschen leichtere AirPods Max wären vielleicht auch nicht schlecht. Viele Leute haben auch geschrieben, sie wünschen sich ein besseres Case für die AirPods Max. Ein richtiges Case. Das wünsche ich mir nicht so wirklich, ehrlich gesagt. Ich finde das Täschli ganz okay, weil es nicht so viel Platz braucht. Die neuesten Sony Kopfhörer haben so riesige Cases. Selbst wenn man sie auf dem Kopf hat, braucht das blöde Case im Rucksack immer noch gleich viel Platz. Und das finde ich nicht so ideal. Jan schreibt ja noch, autofreie Stadt Berlin und AirPods Max 2. Ja, das ist natürlich auch ein ganz, ganz guter Wunsch. Ist das ein Thema in Berlin? Ich habe keine Ahnung. Ich kann mir das eigentlich nicht vorstellen. Ich habe nur gesehen, Paris ist da sehr, sehr fleißig dran. Aber wo wir bei großen Wünschen sind, da hat es auch ein paar ganz schöne gegeben. Wo habe ich die hingetan? Ja, die Rubrik habe ich große Wünsche genannt. Stefan wünscht sich den super Langzeit Akku. Das zieht sich auch so ein bisschen durch alle Produktwünsche durch. Die Leute wünschen sich mehr Akku. Mehr Ausdauer der Geräte. Ja, das ist immer so. Das hätten alle gern, aber ich fürchte, dass wir 2024 nichts mit dem Wunder-Akku haben. Falls er kommen sollte. Wir haben es hier in den Wünschen schon gehabt. Was haben wir noch? Frieden, Gesundheit, Liebe und Glück. Ja, das wünschen wir uns sowieso alle. Das ist auch noch spannend. Stefan wünscht, dass Apple-Geräte nur noch im Zwei-Jahres-Rhythmus rauskommen. Da haben wir auch schon ein Video mal dazu gemacht. Warum nicht nur noch alle zwei Jahre neue iPhones oder neue Apple-Watches oder neue iPads, weil die Sprünge sind gar nicht so groß. Beim iPad macht Apple das ja aktuell. Letztes Jahr hat es gar kein einziges iPad gegeben. Aber das ist immer ein bisschen schwierig. Ich glaube, die Marketing-Abteilungen mögen das nicht. Die wollen jedes Jahr was Neues haben, weil anscheinend ist es wichtig, dass immer mal wieder was Neues kommt, um die Leute wieder zum Kaufen zu motivieren. Und wenn lange nichts kommt, kaufen die Leute vermutlich weniger, als wenn ständig was Neues kommt. Aber da bin ich zu wenig Experte für. Ich will weniger oder ich bin zufrieden, schreibt er noch. Oh, das fand ich auch ganz einen süßen Wunsch. Erstmal mit Papa treffen. Ja, das ist doch. Solche Sachen sind so viel wichtiger als Technikwünsche. Also das hat mich sehr, sehr gefreut. Ah ja, er meint auch Smartphone, wo der Akku mal eine Woche hält. Ja, ich glaube, da warten wir noch, was sollen wir sagen, bis 2030? Vielleicht ist es dann mal so weit. Aber da mache ich mir gar keine Hoffnung. Wo es gab vom iPad-Hatten, dann haben wir auch ganz, ganz viele iPad-Wünsche sind hier reingetogen. Wir können die nicht alle durchgehen. Was ich aber durchgezogen habe, ganz viele Leute wünschen sich wieder ein iPad Mini. Das iPad Mini hat so viele Fans immer noch da draußen. Überall Mini mit M2. Was haben wir noch? Neue iPads. Er meinte, ein iPad Mini ohne Jelly-Screen. Das ist dieser Effekt, dass die eine Bildschirmhälfte ein bisschen langsamer oder verzögert reagiert. Das ist die zweite. Ich sehe das von Auge nicht. Manche Leute sehen das und finden es unglaublich nervig. Sabine hätte gerne noch größere iPads. Das ist auch etwas, was wir sicher mal noch darüber sprechen müssen. Was haben wir noch? Ah ja, genau, eben alle Selfie-Kameras im Landscape-Modus. Was einfach besser ist. Aber natürlich immer eine Debatte. Antonio wird sicher enttäuscht werden. Benutzerprofile. Ich fürchte, das wird nichts werden. So eine Art Dex-Modus, wie Samsung hat für das iPad. Also unglaublich viele gute Wünsche. Das auch noch etwas. Ich wünsche mir, dass das iPad Pro sich besser mit Maus und Tastatur bedienen lässt. Ja, Mausbedienung ist großartig auf dem iPad, aber es könnte noch ein bisschen flüssiger sein, finde ich auch. Oh, und zwei Thunderbolt-Anschlüsse hatte Alexander auch. Das war bei mir auch ganz, ganz hoch auf der Wunschliste für neue iPads. Dann, was auch ein großer Haufen an Wünschen ist, ist Siri endlich mal ein bisschen vorwärts. 2023 hat uns ja gezeigt, wie gut künstliche Intelligenz sein könnte. Und im Gegenzug haben wir Siri, was sich anfühlt wie irgendwie, na was soll ich sagen, der Dorftrottel aus dem Mittelalter. Ich wollte jetzt gerade wieder hier im Büro das eine Licht einschalten. Da musste ich ihr erst sagen, im Büro. Und danach hat sie mir eine Liste vorgelesen mit allen Lampen, die es hier hat. Und ich habe immer gesagt, ich will die, ich will die. Und sie hat nichts gemacht. Nein, da besteht sehr, sehr großer Handlungsbedarf. Neue iPhones natürlich auch. Da gibt es so zwei Lager, die einen sagen, ich finde endlich gerne ein Fold-iPhone. Hätte ich auch sehr gerne. Ich bin großer Fan von Fold-Geräten. Und dann hat es natürlich die große Fraktion der, wo sind sie? Da zum Beispiel ein iPhone Mini. Wie beim iPad hat auch das iPhone eine große Mini-Fraktion. Ja, und auch für das SE gibt es ein paar Wurden, die da gerne wieder ein SE hätten. Neues. Ich vermute immer noch, dass das aktuelle iPhone 14 dann mit einer Kamera als SE zurückkommt. Entweder diesen Frühling oder nächsten Frühling. So, dann, was können wir uns noch anschauen? Na ja, USB-C hat es auch ganz, ganz viele. Insbesondere, dass Apple endlich das Zubehör auf USB-C umstellt. Das wäre auch ein ganz, ganz großer Wunsch. Bei der Apple Watch, was zieht sich da so? Ah ja, natürlich der Klassiker. Eine runde Apple Watch hätten viele gerne. Und dann natürlich die große, große Angst. Wo haben wir es? Nämlich, dass das Anschlusssystem für die Armbänder geändert wird. Da, Apple Watch X mit Titan-Gehäuse haben wir noch. Ach, da ist es, genau. Jojo hat es geschrieben. Ich hoffe, Apple bleibt bei dem Anschlusssystem der Armbänder. Dass man dann nicht neue Armbänder haben muss. Da, rum die Apple Watch nochmal. Ja, und das Apple ein bisschen mehr Armbänder für die Apple Watch Ultra. Eventuell ein Titan-Armband. Das ist auch ein ganz, ganz großer Wunsch meinerseits. Bei der Vision Pro sind die Wünsche ein bisschen bescheidener. Erstens wünschen sich die Leute, dass sie schneller kommt. Und dass es dann sehr bald eine günstigere Variante davon gibt. Weil ich befürchte schon, die wird bei uns 4.000 Franken Euro kosten. Und bis sie dann nach Deutschland kommt, wird es nochmal dauern. Und bis sie in die Schweiz kommt, nochmal länger. Da muss man sich gedulden. Ah, das ist auch noch spannend. Ja, weil ich ja aktuell diesen Ultra-Juman-Ring hier teste, kommen da auch immer wieder Wünsche dazu. Ein Samsung-Ring wünscht sich jemand. Simon wünscht sich, dass sich mal eine der großen Firmen auch an Ringe ranwagt. Das kann ich mir schon vorstellen. Gerade ein Samsung-Ring könnte ich mir sehr gut vorstellen. Da geistert auch schon ein bisschen was durch die Gerüchteküche. Dann, 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 dann. Apple allerlei, da haben wir auch ganz vieles. Apple-Kreditkarte auch in Deutschland. Ja, jetzt müssen wir erstmal schauen, dass die in Amerika wieder zum Fliegen kommt. Da läuft es ja momentan nicht so rund. Ja, gerade so die allerlei Kategorien. Da lohnt es sich ein bisschen reinzuschauen im Link unten. Und, äh, was habe ich noch? Ja, natürlich die anderen Firmen. Sonos-Kopfhörer habe ich ganz häufig gehört. Auf die bin ich auch unendlich gespannt. Was kann Sonos, was andere nicht können? Ja, ich würde mir ein Move 2 als Kopfhörer wünschen. Ein Kopfhörer, wo ich mit Airplay Musik drauf spielen kann oder sowas. Und Spotify Connect drin. Das wäre cool. Der Kollege Lorenz wünscht sich auch die Sonos-Kopfhörer. Und mehr Konkurrenz auf dem Smartphone-Markt. Ja, da wäre ein bisschen mehr Konkurrenz täte, da schon gut. Aber es ist halt einfach schwierig. Jetzt, wo der Markt so gesättigt ist und die Entwicklungskurve so abgeflacht ist, spielt es halt einfach großen Firmen in die Hände. Also, siehe Apple, Samsung. Ja, mal schauen, welche Rolle Google noch spielt. Aber Nothing ist ja auch immer noch etwas, was man ein Auge drauf haben muss. Da, die Pixel-Handys wurden auch gerade erwähnt. Autonome Fahrzeuge wünschen sich auch ganz, ganz viele. Nachfolger für den Sonos Arc. Ah, da genau auch Nintendo Switch mit besserem Prozessor. Ja, irgendetwas mit gutem Sleep-Tracking. Matter. Ja, bei Matter wünsche ich mir auch ganz, ganz viel. Eine meiner großen Enttäuschungen. Da, Withings-Wünsche noch. Und, äh, oh ja, eine Sony Alpha 1 mit Global Shutter. Äh, das finde wieder nur ich spannend. Und der Sebastian auch. Das wäre toll. Aber ich glaube, bei der Alpha 1, ich weiß nicht, ob sie das schon hinkriegen. Nein, äh, das war so ein erster Rundgang durch eure Wünsche fürs 2024. Ich denke, da werden wir über den einen oder anderen, werden wir im Verlauf des Jahres noch viel, viel sprechen. Falls euer Wunsch jetzt verloren gegangen ist, oder ihr einen neuen habt, könnt ihr die ruhig unten an die Kommentare auch noch anhängen. Und, äh, dann haben wir da noch ein paar mehr Wünsche. Oder falls ihr schreibt, das kommt sicher nicht, ungeniert auch reinschreiben. Oder falls ihr nur Neujahrsgrüße schicken wollt, auch darüber freue ich mich immer riesig. Sowieso, äh, das Jahr ist ja jetzt schon vorbei, 2023. Aber ich wünsche mir natürlich, dass das 2024 genauso viel Spaß macht hier auf YouTube, was einfach immer an euch liegt. Ja, ich klinge da immer wie eine Platte mit einem Sprung, wenn ich da immer so überschwänglich mich bei euch bedanke. Aber das ist wirklich, es macht einfach so viel Spaß mit euch hier. Und, äh, ich hoffe, das geht 2024 nahtlos so weiter, wie 2023 aufgehört hat. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, oh, mein Wunsch hat ja nicht, äh, auf der Grafik. Daumen nach unten. Ja, dann habe ich ihn wirklich übersehen. Tut mir schrecklich leid, ist nicht böse gemeint. Ich habe da nichts, äh, rausgefiltert, was ich blöd gefunden hätte. Falls sich jetzt jemand Mac OS fürs iPad gewünscht hätte, hätte ich das natürlich blöd gefunden. Aber ich hätte es trotzdem drauf gemacht. Ehrenwort. Falls ihr weitere Videos sehen wollt, unbedingt Abo abschließen. Und dann sehen wir uns schon bald im nächsten Video.